Was bedeutet für uns Corporate Social Responsibility? Es bedeutet für uns optimale Arbeitsbedingungen für alle unsere Mitarbeitenden. Für die Singles, die Paare, die alleinerziehenden Mütter, Familien mit zwei Kindern oder mit fünf, Familien mit zwei Vätern, Menschen, die ganz neu bei uns zu Hause sind und Menschen, die schon sehr lange hier arbeiten. Es bedeutet für uns die Vereinbarkeit von Work und Life. Flexible Arbeitsmodelle mit fairer Entlohnung und einem sicheren Arbeitsplatz. Für alle? Für alle alle. Jeden Alters, jeden Geschlechts, jeder Herkunft, jedes Karrierelevels. Als Inhaber geführtes Unternehmen legen wir besonderen Wert auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Corporate Social Responsibility bedeutet für uns, dass wir zertifizierte, transparente Rahmenbedingungen schaffen, unsere Prozesse in allen Facetten nachhaltig gestalten, unabhängig bleiben und uns permanent hinterfragen und überwachen. Und es bedeutet für uns, dass wir noch mehr Verantwortung übernehmen. Unser Handeln wirkt über unser Unternehmen hinaus. Wir müssen unseren Beitrag leisten, für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen. Das bedeutet, dass wir unseren CO2-Fußabdruck kontinuierlich reduzieren werden. Auf die Generation schauen, auf deren Schultern wir wachsen konnten und auf die Bedürfnisse der neuen Generation. Enkelfähig bleiben. Es bedeutet für uns, dass wir das morgen entwickeln. Unsere Teams arbeiten an den technologischen Innovationen und unser Know-how wird immer wichtiger. Das bedeutet, dass wir uns stark und noch stärker in den Zukunftsbranchen engagieren, die das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen erst möglich machen. In Deutschland, Europa, weltweit. Was also bedeutet uns Corporate Social Responsibility? Einfach alles. Weil eben alles mit allem verbunden ist. Unsere Mitarbeitenden, unsere Gesellschaft und unsere Umwelt. Darum arbeiten wir daran. Und an uns. Mit klaren Zielen. Developen die Zukunft zusammen. Developen die Zukunft zusammen.